Was ist eine Polypharmazie? Polypharmazie oder viele Medikamente ist eine Situation, in der ein Patient zahlreiche verschreibungspflichtige und nicht verschreibungspflichtige Medikamente einnimmt. Diese Situation tritt am häufigsten bei älteren Menschen auf, da sie häufig komplexe Erkrankungen haben, die den Einsatz zahlreicher Medikamente für eine ordnungsgemäße Behandlung erforderlich machen. Sie können jedoch bei Menschen jeden Alters auftreten. Ärzte unterscheiden zwischen untersuchter und nicht untersuchter Polypharmazie oder zwischen gedankenloser und nachdenklicher Polypharmazie, um zu betonen, dass Polypharmazie manchmal notgedrungen auftritt und manchmal den Patienten tatsächlich gefährden kann. Je mehr Drogen jemand nimmt, desto mehr besteht das Risiko, dass Nebenwirkungen auftreten. Wenn ein Patient alle Rezepte vom selben Arzt erhält und sie in derselben Apotheke abfüllt, werden Bedenken hinsichtlich der Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln normalerweise schnell ausgeräumt. Wenn ein Patient jedoch von mehreren Ärzten Rezepte erhält, die möglicherweise nicht miteinander kommunizieren oder Rezepte an mehreren Orten ausfüllen oder rezeptfreie Medikamente wie Aspirin, Kräutermedizin USW kaufen und dies nicht offenlegen, können Nebenwirkungen auftreten und sie können möglicherweise nicht von einem Arzt identifiziert werden. Polypharmazie kann auch eine sogenannte Pillenlast verursachen, bei der ein Patient so viele Medikamente hat, dass er nicht alle richtig einnehmen kann. Pillenbelastung kann das Risiko einer Nicht-Einhaltung erhöhen, und der Patient kann auch versehentlich überdosieren, bestimmte Medikamente nicht einnehmen oder Medikamente zum falschen Zeitpunkt einnehmen, da die Pillenbelastung übermäßig zunimmt. Bei einigen Patienten kann die Polypharmazie als notwendig angesehen werden. Beispielsweise müssen Patienten mit erworbenem Immunschwächersyndrom in der Regel viele Medikamente einnehmen, und die Verwendung jedes Medikaments ist evidenzbasiert und völlig angemessen. Andererseits kann ein Patient, der eine eklektische Auswahl von Medikamenten einnimmt, zu denen Medikamente gehören, die zur Bewältigung von Nebenwirkungen anderer Medikamente eingenommen werden, als Opfer einer nicht untersuchten Polypharmazie betrachtet werden, bei der ein Art die Situation nicht vollständig einschätzt oder einschätzt nicht über die erforderlichen Informationen verfügen. Patienten können das Risiko einer Polypharmazie verringern, indem sie sich an einen Erstversorger wenden und den Spezialisten bitten, ihre medizinischen Diagramme und Verschreibungsinformationen an den Erstversorger weiterzuleiten. Es ist auch wichtig, eine Liste aller verwendeten Medikamente zu führen, einschließlich Rezepte, rezeptfreie Medikamente, Kräuterprogramme und so weiter. Patienten mögen sich scheu fühlen, alle ihre Medikamente preiszugeben, dies ist jedoch von entscheidender Bedeutung, da die Nicht-Offenlegung des Medikamentengebrauchs zu schwerwiegenden Komplikationen oder sogar zum Tod führen kann.